herzlich willkommen zur weiteren folge hier bei 7d so die ja wir suchen heute den schatz den schatz ja auch keine ahnung was drin sein soll es sollte in der nähe sein nähe ist gut dann gehen wir die richtung und dann müsst ihr bald da sein stören fried beseitigen und wenn man schaubel nach vorne holen können wir nach oben nehmen und dann auch dafür immer nachladen so da wo das schätzchen rot blinkt dann kam zuerst müsste ich irgendwo sein habe ich gesagt dass man so ein problem ach da ist es blinkert schon aha ging ja schnell die schwestern nicht bereit nicht einverstanden aber ich habe den schatz so jetzt zurück und aber bequem ich werde gerne und dann können wir zum händler zurück und abgeben losfahrt so wenn da die anrichtung die richtung das fahrrad da moped 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 so ich habe einen hirsch das Das ist ein Hase, aber den brauchen wir nicht. Ja, das ist weit weg. Das ist zu weit weg. So, wo ist hier fort? Wo können wir rüber laufen? Oh, das ist kalt. 80% Wasser. Und ich kann auch nicht mehr reden, oder? Kopf weg. So. So, Gas geben. Auf zum Händler. So, Gas geben. Auf zum Händler. Mal sehen, ob wir noch eine Zeitaufgabe kriegen. Oder die Kisten einsammeln. Hier raus am See. Dafür auch ein schöner Platz gewesen zum Bauen. Dicht am Wasser. So. 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 haben wir noch ein paar Aufgaben. gut. gut. ha ha ha. hmm. hmm. und lecker mehr machen. schon mal da hätten sind ne. so. treten wir das. mal. 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 das kann man aber nutzen dann gucken wir plan rein wo wir hin müssen Das hab ich gemacht Blei essen, Fahrrad Ach Fahrrad Ja und den löschen Geht nicht Mal gucken wo das sein könnte Da bestimmt nicht Oder? Da fahren wir da mal hin Das ist in der Ich glaub auch mal gewesen So, Präzins alle Oder eben halt fast So, da fahren wir da hin Und dann geht's Ja, morgen weiter, ne? Aber wir fahren da mal hin Ich wollte vorher hier im Haushalt gehen Das machen wir zuerst Hier wollte ich mal reingehen Oha Oha Du bist ja so grün Boah die Helfen Aber hier ist viel Messing Hahaha Werbung Ein Erdbohrer Können wir mal probieren So Wir wollen auf jeden Fall Ich weiß nicht, was die Dinger haben Die Messing Von Türen Warum besteckt man einen leeren Koffer? Das leuchtet mir nicht ein Papier Grundstoff Ich will wieder rein Hier kann man in Not was bauen, ne? Wer es auch nicht bauen kann, hat das auch zu sehen Der kann es ja da tun Hier wollen wir nicht raus So Gehen wir nach oben Die machen ja böse Geräusche, ne? Die machen ja böse Geräusche, ne? Nichts dahinter Nichts dahinter Nichts dahinter Wir sind meistens geil Wir sind meistens geil Hahaha Und jetzt, ne? Da gehts noch höher Ah! Dann gehts noch höher D Opa B B B B B B B paar knochen haben die auch für mich ja bin aber das fleisch kann so vergessen das wäre nicht so wichtig das wäre klimaanlage muss ich mal schauen das können wir nutzen können zerlegen das können wir gelassen hier lassen der video haben wir gerade mal ja gut zerlegen bringt nicht viel das können wir auch hier lassen knochen ungern zerlegen und ein paar dinger freien haben zwar immer ungünstiger mit dem man die braune aber ich wollte ja nur einen schatz holen ich würde hinter was wir kaufen da ist kein schauen wir unseren neuen werkzeug hier ist auch vorbei brauchen können also dem fall ja nicht ja nicht viel aber beim besten und brauche immer teile zum bauen bestech haben wir auch einen eingang natürlich nicht so das hier blech ja 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 eine papp kam 6 das ja nicht mal ein glücksgriff ein tool 23 also also einen schützturm ist auch super kunst des bergbaus der kaffee haben wir 17 pro märz und du das gut stahl schiefsturm ist auch gut das haben wir schon aber wir haben kein Platz normal egal aber nicht brauchen wir nicht wenn wir herkommen und das holen wollen dann können wir doch wieder sagen okay ist ja voll das ist ja irgendwann wieder voll mit loot da naja schott brauchen wir keine können wir abbauen werkzeug hat nur schott wert so papp achtschuss so gut so gut wir bitten hoch zum sprechende ja wasser geht immer mitzunehmen so wir wollen aber schenke dann halt nicht okay dann fahren wir zurück zur basis und da geht es hier los dazu also die missionen die berlin wollen sollen sollen das soll es für heute gewesen sein ist aber für den tag muss reinschauen dann seid mal tschüss und winke winke und tschau ja man sitzt hier vielleicht zunächst mal wieder ich würde mich freuen tschüss